So, let's go, ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen hier zu... ...rück zu... ...das war nicht so über die Posten hier dahinter, aber für uns ist es ziemlich gut. Hä, hä. Zurück zu... ...sniper. Deshalb wünsche ich Ihnen einen guten Tag. Ich bereite euren Abzufuhr. Aha. Ich warte eine Stunde, dann verschwinde ich. Verstanden. Oh. Verpiss dich. Oh mein Gott. Ah. Ich seh nix. Gut. Ähm, äh, okay. Oh. Ich seh drei Leute. Und... Da ist Sladig. Ein Tod. Wo? Wo? Da müssen sieben weitere Feinde. Innen sicher noch mehr. Okay. Das wird zu krass. Oh. Okay. Ein Schuss. Oh mein Gott. Was zum... Häufel. Scheiße. Was zum... Danke. Häufel. Hä? Was geht denn hier verkehrt? Oh mein Gott. Ich gib's ihn ganz schön hart. Oh. Äh. Oh, da war da noch einer. Da war da noch so ein Mongo. Ach da. Äh. Und noch wo? Hä? Ach da. Und... Äh. Oh Gott. Die Kugel direkt in your face. Okay, doch nicht. Was? Oh, oh mein Gott. Oh, nicht gut. Ich glaub, die sind dran gepischt. Ja. Das wär ich auch... Uuuuh. Ah. Ja, ich gib's ihnen. Ich hab noch keine Muni mehr. Nicht gut. Okay. Wunderbar. Wo? Wo, 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 wo? Wir gehen jetzt halten. Ah. Da ist er. Oh yeah. Vignone. Hahaha. Wie, wie, hä? Was? Oh, oh. Zeit abzuhauen. Oh mein Gott. Das ist nicht cool. Ja. Verlass das Gebäude. Dafür wär ich jetzt auch. Aber haben wir jetzt Fladisch getötet? Haben wir jetzt getötet? Oh. Umgebung sichern. Das heißt nichts Gutes. Nein, das heißt nichts Gutes. Okay. Und... Äh. Wo, 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 wo? Da, hier. Oh. Was, 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 was? Wo, 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 wo? Nein! Los, los. Los. Okay. Umgebung sichern. Ich seh ja lieber von hier oben, ne? Oh, oh. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Ich seh nix. Och, komm. Wie? Es hat geblutet. Okay, tot. Und... Tot. Oh. Ja. Gut. Und da ist noch irgendwer. Oder irgendwas. Och, komm. Ich würd mich jetzt echt nicht verkohlen, oder? So. Töt. Gut. Das war's. Kommt, wir haben einen Termin. Ja, wir haben einen Termin. Los, lass uns abhauen. Was zum... War's die Mission? Oh, das war die Mission. Oder zumindest kommt jetzt eine Zwischensequenz-Ding. Soll da Flasetschuhe liegen, oder was? Wer ist eigentlich der... Ach so. Stimmt, der hat uns reingelegt. Hey, Mann und Freunde. Ich hab die Neuigkeit schon gelegt, um viel zu feiern. Ach. Lass den Scheiß. 100 serbische Milizen sind auf dem Weg hierher. Es wird Zeit, dass wir abhauen. Klar, klar. Was? Vielleicht ist noch Zeit für ein Dring. Der Typ ist echt komisch. Trost. Auf die Gerechtigkeit für die Geister von Sarajevo. Lass den Scheiß. Um was geht's denn? Du hättest lernen sollen, wie man das Leben genießt. Oh, oh. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Was? Oh. Hä? What? Das war... Oh mein Gott. Weitester Treffer. 549 Meter. Getötet. Einen. Ich hab einen getötet. Ich hab mehr getötet als nur einen. Ach so. Ach so, ich wurde einmal getötet, wenn du jetzt verstehst. Ah, okay. Fortfahren. Oh mein Gott. Das gefällt mir gar nicht. Die Geister von Sarajevo. Bosnien. 14. April 1993. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Was jetzt kommt. Das tut sich auf jeden Fall schon mal wieder aufhängen. Wie immer halt. Ist nichts Neues für mich. Und ich würde gerne was trinken. 15. April 1993. Oh. Haben Sie den Beweis bekommen? Over. Ja. Aber... 15. April 1993. Können Sie bestätigen? Oh, wir sind ja... Genau, wir sind ja... Weg. Du siehst deinen Beweis bald, Amishwein. Dann sterben deine Männer in Sarajevo. Sind wir fertig? Oder? Ja. Wir sind fertig. Okay. Oh mein Gott. Das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool, wenn wir jetzt hier so... Oh, das gefällt mir nicht. Nein, das gefällt mir nicht. Wir wurden die ganze Zeit verarscht. Oh nein. Das ist nicht freundlich. Das sieht nicht freundlich aus. Au. Tsch. Okay. Okay. Wenn ich los bin, wenn ich losgefesselt bin, dann... Weiß ich schon, wem ich die... Auf dem Film? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wir kriegen die Bank. Und Sie haben das Geld für uns transportiert. Was machen wir mit dem hier? Der hat unseren großen Kommandeur getötet. Der soll richtig leiden. Oh. Hab ich... Hab ich das? Echt jetzt? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. War das der Typ im ersten Stock? Scheiße. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Oh, oh. Hey. Hey. Wir haben hier einen kleinen Champs-Bond. Wo hätten Sie den anderen Amerikaner gefangen? Im Parlament. Im Parlament. Sie sind sie bald. Dein Freundes. Und schlafen sie. Oh, oh. Wow. Ich bin ein ziemlicher Badass. Heftig, heftig, heftig. Und jetzt hab ich nur mein Messer. Und muss die ganze Basis ausschalten. Oh, ich seh es schon kommen. Ich seh es schon kommen. Ich will erst mal gleich hier verstecken, ne? Nö. Oh, zum Glück lief hier einfach mal eine Waffe. Und zwar genau meine. Nur vier Geschosse in dem Teil. Verdammt. Oh, oh. Riecht nach Nahkampf. Oh. Das ist nicht cool. Okay. Okay. Was zur Hölle? Einheit 9. Mit. Oh, mein Gott. Yeah. Okay. Die zielen sich auf die Guerillas. Willst du mich verarschen? Du brauchst Mathe, um die Zielposition zu berechnen. Okay. Okay. Vier Kugeln. Oh. Höre zu. Keine Panik. Okay. Kriegst du irgendwann tierisch Ärger? Ich check beim Honorwasser-Sessions-Ziel. Ah. So. Was zum Teufel? Ist jemand da? Nein. Der ist leider weg. Leider. Gerade verhindert. Leider. Okay. Oh, oh. Oh. Pass auf. 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 Oh, mein Gott. Was? Teufel. Oh. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Okay. Ich muss meine Ausrüstung finden. Und zwar schnell. Oh, Gott. Kann es sein, dass hier scharf auf mich geschossen wird? Ein bisschen. Nur ein bisschen. Shit. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay. Oh, oh. Okay. Hui. Ah, wo ist meine Ausrüstung? Ausrüstung, 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 Ausrüstung. Warum sind wir in einer verdammten Schule? Ich hasse Schule. Okay. Ah. Ja. Los. Ah. Das reicht. Wir müssen von hier weg. Gut. Sehr gut. Oh. Nein, das gibt es nicht. Ach, schon wieder nur eins von vier. Ich kriege in jeder Kack-Mission immer nur eins. Jeweils immer nur eins. Das ist doch echt zum Verruchten. So. Mein Freund. Wir müssen jetzt leider sterben. Oh. Entschuldigung. Der hat wenigstens eine Wasserflasche da stehen gerade. Oh. Ich war tot. Ah. Ja. Glaube ich auch. Naja, wenigstens habe ich jetzt meine fettkule... Oh. Entschuldigung. Das war irgendwie jetzt... Oh, mein Gott. Oh. Oh. Autsch. Das war eine Bombe. Ah. Mörser. Uniform, was ist Sache mit diesen Mörsern? Ja. Sieht aus, als ob Straßenkämpfer ausgebrochen. Sieht sich sehr wahllos auf die Gebäude ballern. Oh, oh. Scheiße, der amerikanische Scheiße ist abkauern. Ich hab grad keine... Oh, oh. Mit gebrochenem Genick. Oh. Okay, 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 okay. Nein. Nicht gut. Nicht gut. Tot? Hat er es doch mitgekriegt? Oh. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Oh, er ist tot. Gut. Anscheinend hat er irgendwas mitgekriegt, aber anscheinend nicht genug. Und, ja. Das ist der aktuelle Punkt. Sonst irgendwas cooles? Wie wär's mit einem anderen Geheimnis mal, dass ich mal mehr als nur ein verkacktes Geheimnis finde, was mich ziemlich annervt. Weil ich doch gern mal zwei Geheimnisse finden würde, als nur eins. Ja. Oh. Ein Schwimmbad. Oder so. Oh, oh, oh. Oh, nein, nein, nein. Sch, sch, sch. Räumt die Straßen. Oh, Turnhalle. Ah, Turnhalle. Okay. Oh, je, oh, je, oh, je. So. Uniform, Razor 3-2, alles klar. Okay. Ich bin draußen, aber sie halten Maddox im Parlamentsgebäude. Nein. Sie wollen ein geständnis über hiesige amerikanische Operation auf Band. Was machen Sie so weit von der Landenzone entfernt? Merinov hat uns zu Vladic geführt. Wir haben ihn erledigt, aber die Milizen sind wie Fliegen über uns hergefallen. Ich glaube, dieses Schwein wollte uns von Anfang an reinlegen. Verdammt, ich habe Ihnen gesagt, dass Sie nichts unternehmen und auf Befehle warten sollen. Anderson, hier ist Diaz. Der Kontakt für Langley in dieser Operation ist der Kontakt für Langley in dieser Operation. What? Ohne offizielles NATO-Mandat ist es unerlässlich, dass die Einwischung der USA nicht zu den Medien durchsiegert. Du musst deinen Partner da rausholen, bevor sein Geständnis ausgespeichnet wird. Super. Bin dran. Bin in einer heruntergekommenen Schule, zwei Kilometer westlich vom Einsatzpunkt. Brauche Hilfe bei der Routenfindung. Okay, deine schnellste Route führt durch. Okay, wir machen hier ganz kurz Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei Sniper Ghost Warrior 2 dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi!